Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 22. April 2024, 9.52 Uhr. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wieder, nicht die der Societe General. Wir müssen heute über zwei Aktien sprechen, die auch in Deutschland rauf und runter gehandelt werden. Ganz klar die KI-Aktien Nvidia und Supermicro. Wenn wir heute nicht drüber sprechen, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr drüber sprechen, was es passiert. Letzten Freitag hohe zweistellige Verluste. Gerade bei Supermicro Nvidia 10% im Minus. Ich glaube der zweithöchste Marktkapitalisierungsverlust aller Zeiten. Hier bei Nvidia klingt immer sehr plakativ. Aber klar, was stark gestiegen ist, was eine hohe Marktkapitalisierung absolut aufweist, ist. Das gibt natürlich auch absolut einiges ab, wenn es mal zweistellig rappelt. Ja, wie sind diese Bewegungen einzuordnen? Kurz wie mittelfristig? Wo sind interessante Marken im Chart? Darum soll es heute gehen und meiner Ansicht nach jetzt weniger kurzfristig, denn da haben wir nahezu an den Wochentiefs geschlossen, sondern eher aus Sicht einiger Wochen. Wir starten mit Nvidia. Die Aktie hatten wir glaube ich erst in der vorletzten Sendung. Da war die Konsolidierung noch trendbestätigend einzustufen. Es gab sogar letzten Donnerstag noch die Möglichkeit, dass die Konsolidierung flach verläuft, dass die Aktie wieder in den Aufwärtstrend übergeht oder zumindest sich wieder in Richtung der Hochs bewegt. Aber dann der Freitagshandel hat einiges zerstört. Wie man hier sieht, eine sehr bärische Wochenkerze. Wir haben mit 762 Dollar geschlossen, das Wochentief bei 756,06. Das Interessante ist jetzt, das hat mich selbst sehr überrascht, muss ich sagen, wenn man sich jetzt die Volumenkerzen anschaut, dann ist das eigentlich fast im Durchschnitt gewesen. Also von wegen, das war jetzt ein absoluter Panikmove etc. Das war eigentlich ein ziemlich geregelter Abverkauf. Hier hatten wir zum Beispiel alle drei grünen Balken im Wochenchart, was das Volumen anbelangt, im Bereich des Allzeithochs. Die waren alle höher anzusetzen. Also wer jetzt auf ein massives Reversal setzt, volumentechnisch muss man sagen, unterstützt, wird ein markantes tief jetzt erstmal noch nicht unterstützt. Die nennenswerten Supports sind natürlich jetzt sehr weit entfernt im mittelfristigen Kontext. Warum? Naja, weil die Aufwärtsbewegung eben ohne größere Pausen vonstatten gegangen sind. Die letzte größere Pause bei der Nvidia-Aktie hatten wir über mehrere Monate von Sommer 2023 bis Anfang des Jahres. Der Ausbruch über die Marke von 502,66 hat dann den starken Aufwärtstrend eingeleitet. Heißt also, wenn die Nvidia-Aktie in den Bereich dieser zwei Tiefs um 663 Dollar eintauchen würde, würde sie sich auch wieder dem mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend annähern und dort hätte man dann meiner Ansicht nach eine ganz gute Möglichkeit, antizyklisch die Aktie aufzusammeln. Zumindest aus charttechnischer Sicht. Tiefere Kurse, die dann verbunden werden mit einem Aufwärtstrendbruch oder einem Bruch des EMA50, könnten zu einem Pullback führen in Richtung 502,66 Dollar. Auch da wird die Aktie wieder interessant. Prozyklische Kaufsignale hier im Wochenchart sind natürlich jetzt sehr weit entfernt. Wir müssten zumindest mal über das Vorwochenhoch. Das notiert ja schon bei 906,13 Dollar. Und dann über das Allzeithoch, was bei 974 Dollar notiert. Also diese Trigger sind sehr weit entfernt. Wir schauen auf den Tageschart. Und hier nochmal, um das klarzustellen, die Donnerstagskerze sah sogar noch ganz ordentlich aus. Wir hatten hier diesen Doppelsupport. Ich glaube, den hatte ich auch im Video in der vorletzten Woche drin. Aus EMA50 und Gap hier hatten wir angesteuert. Ich glaube, das Gap, wir hatten das Tief bei 824,02, das Hoch hier bei 823. Genau, das Gap wurde hier noch nicht ganz geschlossen. Das war etwas unschön. Aber dennoch, es wäre durchaus denkbar gewesen, dass die Aktie hier wieder einen neuen Aufwärtstrend startet oder zumindest die Range, wieder die Range-Oberkante testet. Das war dann mit der Freitagsentwicklung schnell dahin, dieses Szenario. Wir haben den Doppelsupport geknackt. Und wir sind sogar unter das Tief hier vom 28.02. gefallen. Und damit rückt jetzt dieses Gap vom Februar von 21.02. auf 22.02. wieder in den Fokus. Interessant im Übrigen, der Gesamtmarkt, gemessen am Nasdaq 100, der hat dieses Gap schon geschlossen, was man ja auch als Nvidia Gap bezeichnet hat. Die Nvidia Aktie selbst hat es noch nicht geschlossen. Somit ergibt sich, gemessen an diesem Gap, ein Unterstützungsbereich, der beginnt bei 742,20. Das ist also die Oberkante des Gaps. Kann man hier noch mit reinnehmen. Und dann natürlich hier unten, wie im Wochenchart auch gezeigt, 688,88 bis 663 Dollar. Das ist zum einen die Gap-Unterkante. Also diese Kurslücke wäre geschlossen, wenn wir die 688,88 erreichen und die 663 als Doppelsupport hier, wo die letzte kleinere Konsolidierung der Aktie vor diesem Nvidia Gap geendet hat. Das sind also die nächsten Marken auf der Unterseite. Umkehrkerzen gibt es natürlich erstmal nicht im Tageschart. Heißt also, sollten wir heute nochmal tiefer gehen und dann beispielsweise hier ein Intraday-Reversal vollziehen. Dann wird das interessant. Genauso gilt das natürlich hier. Wer sich jetzt schon direkt reintraut, der muss sich halt im Klaren sein, dass er erstmal einen Rebound handelt. Dieser Rebound könnte im sehr guten Fall für die Bullen sogar nochmal zurückführen an den EMA50 bei derzeit 819 Dollar gut und nochmal zurück an diese Horizontale. Wenn wir hier allerdings wieder abprallen sollten, dann eher ein Short-Setup. Wenn wir das zurückerobern, dann wäre das Verkaufssignal vom Freitag wieder negiert und wir könnten die Range wieder nach oben antesten. Ich hoffe, das wird jetzt klar. Also es gibt bei dieser Aktie stand jetzt noch keine Konstellation, dass ich sage, das war jetzt die absolute Kapitulation. Man sieht es hier auch nochmal im Tageschart. Es war erhöhtes Volumen, keine Frage. Es war auch das höchste Volumen seit mehreren Wochen. Es war aber deutlich unter dem Volumen, was wir beispielsweise in der Umkehrkerze vom 08.03. gesehen haben. Das muss man auch dazu sagen. Wenn Sie etwas handeln möchten auf die NVIDIA Aktie Long-V-Short, dann wie immer zwei Derivate hier beispielhaft ausgewählt mit der WKN SU4QJD. Ein Turbo Endless Call. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 521,70 Dollar. Der Hebel um die 3. Das Short-Pondant SW7GUZ. Ein Turbo Endless Put. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 1033,26 Hebel auch hier um die 3. Der Hinweis an dieser Stelle sind nur zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Viele weitere Derivate natürlich auch auf Aktien wie NVIDIA und Microsoft finden Sie unter www.sg-zertifikate.de. Die Trading-Aktionen. Die drei, die wir aktuell in den Fokus stellen mit Deutsche Bank Max Blue, der Datat Bank und Easy Bank. Erste Aktion mit Deutsche Bank Max Blue läuft bis Ende Juni. Ab einem Order-Volumen von 1000 Euro handeln Sie alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Societe General gebühren frei. Ohne Transaktionskosten. Bei der Datat Bank läuft die Aktion bis Ende Mai. Ebenfalls hier ein Order-Volumen von 1000 Euro die Voraussetzung. Und die Aktion mit der Easy Bank läuft nur noch bis Ende des Monats. Hier muss das Order-Volumen zwischen 1000 und 20.000 Euro liegen. Hier auch noch der wichtige Hinweis im außerbörslichen Direkthandel mit der Societe General. Also nicht über die Börsen Stuttgart, Frankfurt etc. Da fallen natürlich die jeweiligen Gebühren der Börsenbetreiber an. Also nutzen Sie diese Aktionen, um Gebühren zu sparen und schlussendlich dann auch die Profitabilität zu erhöhen. Deutlich heftiger unter die Räder gekommen als NVIDIA ist am Freitag die Aktie von Supermicro, die sogar über 20% verloren hat. Jetzt klingt das immer so heftig. War es natürlich auch, wenn man hier gehebelt was unternommen hat. Allerdings hat ja die Aktie auch eine unglaubliche Fahrt hinter sich. Und das alles noch in diesem Jahr, wenn wir es mal ausmessen, ausgehend von dem Kaufsignal hier über 357 Dollar, 240% zugelegt. Also unglaublich, das ist ja jetzt auch kein Pappenstil von der Marktkapitalisierung her. Naja und jetzt eben in den letzten Wochen eine Auszeit, die sich nach unten verschärft. Auch hier gilt die Wochenkerze, das Volumen hier. Das ist eine ganz andere Hausnummer als hier in der Aufwärtsbewegung. Sie sehen es selbst. Das höchste Volumen war übrigens nicht im Bereich des Allzeithoßes. Es ist nicht dort aufgetreten, sondern bereits hier. Also als sich die erste Umkehrkerze ausgebildet hat, da haben sicherlich viele schon auf eine Konsolidierung gesetzt. Klassisch muss man sagen, war das für mich auch ein Setup mit dieser Volumenexplosion, wo ich gesagt habe, so schnell macht die kein neues hoch oder gesagt hätte. Aber nein, Pustekuchen, wir haben nochmal etwas zugelegt. Dann gab es schon im Volumen diese Divergenz. Ich denke auch in einigen Indikatoren und jetzt geht es eben in die Gegenrichtung. Hier ist der Unterschied zu Nvidia, dass wir bei 692,50 mit dem Tief bei 710,95 uns schon einer Zwischenunterstützung angenähert haben. Also der Verkauf war hier heftiger. Hier sind wir auch wieder Gesamtmarkt schon am Februar-Zwischentief angekommen. Dennoch ist die Kerze natürlich für sich genommen jetzt erstmal stark bärisch. Es gilt jetzt zu beobachten, ob sie in den nächsten Tagen hier eine Stabilisierung hinbekommt im Bereich der 700-Dollar-Marke, falls nicht, sind tiefere Ziele hier auch im 500-Dollar-Bereich denkbar. Das klassische Ausbruchslevel haben wir ja erst bei 357 Dollar. Das ist natürlich meilenweit entfernt, müsste sich die Aktie nochmal halbieren. Also das ist jetzt derzeit zumindest kein Thema. Wir schauen im Tageschart rein und da wurde auch in einem Atemzug, muss man sagen, jetzt einiges zerstört im Chart. Die Ausgangslage war hier, wenn wir Donnerstag, Freitag vergleichen, anders als bei Nvidia. Also ich hatte auch geschrieben bei mir im Stream, bei Stock-Free-Terminal, dass die Aktie schon angeschlagen wirkt. Das war der Unterschied zu Nvidia. Die hatte am Donnerstag eine Stabilisierungskerze. Bei Supermicro haben wir das Zwischenhoch am 17.04. markiert, dann am Donnerstag schon zurückgesetzt und Freitag dann das Down-Gap. Hier gab es ja auch News, dass, ja, eigentlich recht unscheinbare News, dass der Quartalsberichtstermin wurde angesetzt, aber da hatten eben einige erhofft, dass es vorher eine Prognoseerhöhung gibt und die Zeit für so eine Prognoseerhöhung wird natürlich jetzt kaum mehr da und deswegen unter anderem natürlich mit dem eingetrübten Marktsentiment wurde die Aktie abverkauft. Technisch aber auch sehr gut aufzeigbar. Ich meine, die Aktie ist dann unter den EMA 50 gekippt, unter das Tief vom März und da gab es natürlich zum einen Stop-Loss-Bewegungen für Long-Investierte, aber auch Short werden hier einige draufgesprungen sein. Das Gap bei 772,50 ist geschlossen, nächste Verlaufsmarke hier bei 692,50 und dann haben wir im Tageschart erst wieder den EMA 200 bei 545 Dollar. Gut, könnte also auch hier so laufen, dass wir vielleicht temporär jetzt eine kleine Bewegung sehen. Hier erstmal eine Gegenbewegung ausbilden und dann muss man die Muster neu auswerten, ob es noch mal ein Tipp zum EMA 200 gibt oder ob die Aktie dann schon eine schnelle Konto vollziehen kann. Ähnlich wie bei Nvidia ist alles unter 855 Dollar erstmal als Rebound zu klassifizieren, darüber dann der Abwärtstrend als Orientierungsmarke und ja, nachdem ich hier die 1078 als Trigger genannt habe, kann man jetzt als kleineren Trigger die 1020 nennen. Dann wäre das Vorwochenhoch überschritten und auch die bärische Vorwochenkerze gekontert. Zwei Derivate abschließend noch auf die Aktie von Supermicro. Ich meine, die Aktien Nvidia und Supermicro sind für sich genommen schon sehr volatil. Wenn Sie also mit Hebel handeln, müssen Sie natürlich da doppelt und dreifach aufpassen. Hier haben wir wie klassisch Hebel ausgewählt um die 3. Das ist noch einigermaßen im Rahmen. SU5B0M ist ein Turbo Endless Call. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 497,44. Hebel um die 3, wie gesagt. Und das Short von der SW9A0E ein Turbo Endless Put. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 960,10. Der Hebel auch hier bei 3. Bleibt mir nur, Ihnen einen guten Wochenstart zu wünschen. Es wird sehr spannend. Natürlich nicht nur bei Nvidia und Supermicro, sondern auch viele große Tech-Aktien in den USA. Tech-Unternehmen werden ihre Quartalszahlen präsentieren. Also stellen Sie sich darauf ein, dass es nachbörslich auch oft dann zur Sache gehen wird, dass der Nasdaq Gaps reißen wird. Also das ist, denke ich mal, in den nächsten Tagen hochspannend. Gerade auch für Kurzfrist Trader. Ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle viel Erfolg und freue mich auf die nächste Sendung. Das nächste Video dann wie gewohnt kommenden Montag. Machen Sie es gut. Tschüss.